Hallo, du Liebe, du Lieber. Wie schön, dass du dir heute etwas Zeit für dich nehmen möchtest, um ganz bewusst zu entspannen. Richte dich dafür zunächst ganz bequem ein, du kannst in Shavasana kommen auf deiner Yogamatte, was heißt, du liegst ganz bequem auf dem Rücken, vielleicht mit ausgestreckten Beinen, vielleicht mit aufgestellten Füßen, sodass die Knien ganz sanft aneinanderlehnen. Die Arme liegen locker neben dem Körper mit etwas Abstand, sodass die Luft gut zirkulieren kann. Schultern, Nacken und Kiefer sind ganz entspannt, sodass auch Raum bleibt zwischen deinen Zähnen. Schieb dein Kinn gern noch ein kleines Stück Richtung Brust, um dem Nacken Länge zu schenken. Dann schau nochmal, ob du jetzt ganz bequem liegst oder noch etwas verändern möchtest. Richte dich so ein, dass du dich wohlfühlst, die nächsten Minuten nichts mehr verändern musst. Du kannst auch gern noch eine Decke nehmen, denn in der Entspannung wird einem schnell kalt. Und wenn du dich gut eingerichtet hast, dann schließe die Augen und nimm zwei, drei ganz bewusste Atemzüge, um hier anzukommen, ganz bei dir, ganz auf deiner Matte. Du musst mit dem Ausatmen ganz bewusst alle Anspannungen aus dem Körper abfließen. Mit jedem Atemzug entspannt sich dein Körper so etwas mehr. Dann geh mit deiner Aufmerksamkeit ganz bewusst durch deinen Körper durch. Beginne bei deinen Füßen. Spüre ganz bewusst deine Füße. Meine Füße sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesäß. Mein Gesäß ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen unteren Rücken. Mein mittlerer Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen mittleren Rücken. Mein mittlerer Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen oberen Rücken. Mein oberer Rücken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Beckenraum. Mein Beckenraum ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Bauchraum. Mein Bauchraum ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Herzraum. Mein Herzraum ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände. Meine Hände sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Hände. Meine Arme sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meine Schultern. Meine Schultern sind vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Nacken. Mein Nacken ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen Schiedel. Mein Schiedel ist vollkommen entspannt. Ich entspanne mein Gesicht. Mein Gesicht ist vollkommen entspannt. Ich entspanne meinen gesamten Körper. Mein gesamter Körper ist vollkommen entspannt. Genieße dieses Gefühl der Entspannung noch ein paar Atemzüge lang und mit jedem Ausatmen lass dich tiefer hineinsinken. Mit jedem Ausatmen lass mich los. Mit jedem Ausatmen komm tiefer in die Entspannung. Mit jedem Ausatmen komm tiefer. Mit jedem Ausatmen. Mit jedem Ausatmen komm tiefer in die Entspannung. Mit jedem Ausatmen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nimm ganz bewusste, tiefe Atemzüge in den Bauch, sodass die Bauchdecke sich hebt. Atme ganz vollständig aus, die Bauchdecke senkt sich. Mit jedem tiefen Atemzug kommt wieder mehr im Hier und Jetzt an. Und ganz sanft von außen nach innen, bring Bewegung in deinen Körper. Bewege die Fingerspitzen, die Zehenspitzen, die Hände, die Füße. Bring Bewegung in die ganzen Arme und Beine, Riegel und streck dich. Mach dich ganz lang oder ganz klein, jede Bewegung, die dir jetzt gut tut. Und wenn du bereit bist, ganz achtsam, komm zurück zum Sitzen. Vielen Dank, dass du mit mir entspannt hast. Namaste Amin. 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 Amin.